Hallo und das sind wir wieder. Ja, Jonas. Gut, und jetzt kann ich gucken. Der Amboss ist leicht. Der Amboss ist erst leicht beschädigt, Jonas. Ich habe überlegt, ich muss noch eins, zwei, drei, viermal muss ich noch verbinden insgesamt. Du hast es verlegt. Was? Ja, du hast es verlegt. Ja, weil ich viermal verbinden muss noch. Ich habe Reservaten. Ich habe nämlich kurz ausgerechnet, wie oft ich verbinden muss noch. Ich muss halt zweimal Schärfe 2 machen, dann die beiden zu Schärfe 3 machen und dann Schärfe 4. Die Sattel habe ich. Wir können Pferde machen, Alter. Ich habe mir die ja Kleiderisch gemacht. Für die habe ich aber keine Kleiderisch gemacht. Und auch keine Sattel. Ja, einmal ein Verbreicht erst mal. Aber das hat man nicht. Fünf Level. Ich habe drei Dias bekommen, wie sonst. Ah, nee. Da hast du dir das Gefühl. Ich wollte gerade sagen, haha, witzig. Und da, du kannst ja wirklich welche bekommen. Ein Dias und wir können die Dias Schuhe machen. Gut, ich mache jetzt die Verbindung, Jonas. Zehn Level und ich habe meins geschafft. Soll ich rüberkommen, Jonas? Äh, muss ich rüber. Ja, ich komme rüber. Noes Knopf fahren. Ich nehme jetzt alles mit. Ja. Ich komme rüber. Ich habe zu sich als Genderpelle in der Hand. Falls mich Mob Lenny irgendwas runterschießt. Hier ist noch eine Kiste. Ich habe noch ein Dia. Und Obsidian. Ich kann mir Dias Schuhe bauen, wie du gesagt hast. Schnell, 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 schnell. Ich bin drüben. Ja, ja, der Gas hat mich auch angeschossen. Ne, mich nicht, aber ich habe den Augenwinkel gesehen. Gut, ich brauche zehn Level kurz und dann kann ich dir den Amboss und alles geben. Dann machst du erst mal als Hauptziel dein Schwert, ja? Ich habe Dias Schuhe, ne? Ah, ja. Ich kann mir also... Hast du den Zaubertür... Hast du den Ding... Den... Äh... Werkbank? Ja. Die Werkbank. Die Werkbank. Ja, ja. Ich wollte erst den Amboss sagen, aber den hast du ja sowieso mitgenommen. Deswegen muss ich irgendwas anderes sagen. Lass die runter plötzlich gehen. Dann sind wir erst mal sicher. Ich platziere dir. Warte, ganz kurz. Ist der noch leicht beschädigt? Er ist stark beschädigt, Jonas. Ich brauche ihn einmal wenigstens. Stark beschädigt ist er schon. Ja, ich muss zwei Sachen verzaubern. Verzaubern, nicht kombinieren. Ja, ja, doch kombinieren mein ich ja. Was denn? Meine... Mein Scherpnisbücher. Oh, Alter. Mach erst mal... Ich trau es mir nicht. Mach noch nicht. Aber wir können doch zurückgehen. Wir können doch zurückgehen. Wir können doch zu Lenny gehen. Und dann da weiter Eisen fahren. Ja, aber trotzdem brauchen wir erst mal Dings. Was? Was brauchst du denn? Was hast du denn grad dein Level? Äh, ich hab sieben Level. Ich brauch zehn. Okay, dann fahren du erst. Du brauchst ja nur einmal, ne? Ich muss nur noch einmal. Danach kannst du den Amboss komplett für dich nutzen. Okay, ich hab Protection und Feather-Forschule für dich. Auf Eisen. Das ist gut. Ach? Welch hast du? Was hast du? Ähm, nur Fehlerfall. Ja, dann kombiniere mal. Ja, okay. Äh, ja. Du machst erst mal dein Schmerz und danach gucken wir, ob noch was übrig bleibt. Oder ob das erstmal überhaupt für den Schmerz reicht. Das ist das Schwierige. Wenn der Amboss kaputt geht... Ja, weil sonst hab ich halt nur Sharp 3. Es war auch nicht jetzt so schlecht, aber... Es ist halt dir. Ja. Ich mach momentan grad mal 9,5 Angriffschlagen. Ja, ich schätze, sie werden Sharp 3 haben. Insgesamt. Lenny hat der auch nur Eisengeschwert. So Jonas, ich mach jetzt mal... Ja, ich hab ihn auch aufgesammelt. Ich wollte gucken, ob der wirklich noch die Damage ist. Ich mach jetzt... Er steht noch. Gut. Du kannst ihn jetzt nutzen. Er ist immer noch stark beschädigt. Oh, es hat gereicht. Okay. Fünf Level, dann hab ich Sharp 3. Ich hab jetzt erstmal ein Sharp 3 Buchen hier gemacht. Ein... Ich nehm... Ich hab die goldene Pferderüstung mit. Ja, ich hab auch keine Sache... Ja, ein Eisen hab ich auch noch gefunden. Okay, gut. Dann packe ich die weg. Weil ich guck mir so lange noch die Base an das Blaze. Ich hätte auch einen schon gefunden, aber der hat mir nicht gut gehabt. Bitte drop, bitte drop, bitte drop. Und bitte kill mich nicht, bitte kill mich nicht, Blaze. Keine gedrobt. Bitte. Ja, das ist gut. Ja, ich guck weiter. Nein, ich hab grad so nen Jump über Lava gemacht, ey. Ich dachte so, ja, chillig. Dann sprich ich einfach mal kurz rüber. Von der Netherburg auf einer fliegenden Insel, ne? Und dann drunter einfach Lava. Ich bin grad das zweite Mal fast gestorben. Oder fast herzumfakt, eher gesagt. Was hast du gemacht? Ähm, ich lauf so und dann ist da plötzlich der Boden weg. Dann lauf ich weiter und dann fehlt da plötzlich wieder was vom Boden. Geil. Fast direkt hintereinander. Da bist du, Jonas Schirm. Warte. Achso, das ist für den Garst. Ja, ja, stimmt. Wollte gleich sagen, hier liegt ein Glöckerrohr. Aber ich hab ja den Garst besser gespielt. Da hinten war nen Namen. Warte. Das ist irgendwie. Hi. Hi. Ich würd gerne da hin. Lenny hat wahrscheinlich keinen Bock mehr, weil alle Battles, die für ihn gut beziehungsweise schlecht laufen, hat dann nach mindestens einer Stunde keine Lust mehr. Weil Lenny ist das irgendwie so. Ey, Volldammit macht aber ganz schön gut Dammit. Okay, ich hab auch keinen Fehler davon. Ich hab nen Knochen gedroppt bekommen. Er hält noch. Er hält immer noch. Mach deine Fehlerfall 2 in Protection 1 Uhr. Ich hab nen Schadness 3 dir erfährt. Gut. Ich will nur, ich bin auf Englisch. Ja, ich weiß. Ich verstehe ja auch Englisch, aber nicht alles. Die Verzauberung verstehe ich anders auf Englisch. Aber so Amboss, wie leicht beschädigend und so, das hab ich nicht verstanden. Und deswegen hab ich das, ne, deswegen hab ich das umgestellt, weil's mir besser ist. So, ich komm jetzt. Ich hab, äh, Loa. Gute. Nice. Zwei Stück. Halt's auf. Wir können Stecker 1 machen, ne. Wenn du zwei Stück hast. Jonas, endlich ist Wizzerskelett. Au. Von irgendwo kam Gas-Schuss. Oh, der ist so hart an mir vorbeigahnt. Alter. Vier Herzen hab ich noch. Nöööö. Ey, Visa macht ganz gut Damage. Wollen wir uns eingebaut? Äh, hier unten. Ah, gut. Ähm. Gib die Schuhe, gib die Schuhe. Ich muss erst wissen, wie viel Level das kostet. Sechs und andersrum sieben, also sechs Level. Ich hab fünf. Warte, gib mir mal die Schuhe, bitte. Ups, Leute, ich bezacke. Hier. Und dann lass ich dich mal fahren. Lässt du nicht arbeiten. Ja, gut. Und dann gehen wir, Jonas. Oder? Ja, ja. Danach will ich Ausland gehen. Ah. Dann sind wir vorbereitet für die Totalzerstörung. Ne, wir brauchen. Warum? Wir müssen dann, logischerweise, gehen. Aber wir müssen... Der lag, die sind im Nether. Ich kann keine Items aufsammeln. Ich hab kurz die Schuhe gedrappt. Dann müssen wir kurz warten. Ich disconnecte mal ganz kurz. Ja, jetzt kann ich die Schuhe einsammeln. Hast du Pfeile? 22. Gut, dann mach ich mir erstmal einen normalen Bogen. Hauptsache erstmal einen Bogen. Ich verzaube ihn auf... Erstens. Ah, zwei Level. Ich glaube, ich hab ein Gas. Schießen hören und nicht auf mich. Alter. Ja. Wie viel 6 kostet das, ne? Ja. Okay, ich hab 5. Oh mein Gott. Ich hab 7. Ich baue so unter mir einen Block ab, ne? Und fall erstmal kurz ein bisschen runter. Und eigentlich bin ich nicht nach rechts gelaufen, weil da runter wäre labert gewesen. Ich kann fast nicht mehr sprinten. Für was dann? Wegen Essen. Shit. Wie viel hast du noch? Äh, ich hab noch 12 Stakes. Okay, komm her. Ich hab die Schuhe. Protection 2. Äh, Protection 1. Ich komm. Der Amboss hält immer noch. Als ob, als ob. Hast du noch einen Faden? Nein. Ich hab noch 2 Fäden. Dann können wir Power 2 machen. Hi Jonas, ich kann schon nicht mehr sprinten. Warte hier. Warte hier. Danke. Da. Das Range, an der die Schuhe sind. Äh, da. Hast du die Schuhe? Ja, ich hab sie. Äh, dein Zombie-Pigman macht mehr Angst grad. Ja, ich hab leicht Angst. Ich bin angespannt. Irgendwie machen diese 2 vs. 2 Megabox. So, Jonas. Wenn wir 2 Level haben, können wir Power 2 machen. Ich geb dir den Bogen. Soll ich den haben? Ich vertrau dir Bogentechnisch dann mehr. Äh, ich hab 2 Level. Ich hab 2 Level. Das passt doch. Hier, Jonas. Ähm, nimm das und das. Ich vertrau dir mehr. Ja. Ja. Und wie das besser wir sperrt haben dann. Ich hab doch. Ich hab. Meins macht 11 Angriffsschaden. Achso. Meins macht. Ja gut. 10,75. Guck. Deswegen meint es besser. Hast du. Dings. Hast du irgendwas? Ich hab. Äh, der hält immer noch der Amboss. Was? Ich nehm ihn mit. Das ist ne Zauberamboss. So, jetzt. Ich schmeiß. Ähm. Wollen wir doch schnell eine Brenke dann machen? Können wir doch nicht. Wir haben keine Glasflaschen. Deswegen müssen wir eher. Ja, ja. Wollen wir dann. Dann. Ja. Wir müssen aber aufpassen, wenn wir nicht sind. Erstmal. Ich nehm meine Ender Pelle wieder in die Hand. Ich vertrau mir in sowas nicht. Ich laufe nur noch. Ja, ich auch. Ich halt meine Maus ganz, ganz still. Weil ich doch nur noch wehe. Okay. Geschafft. Okay, gut. Mauspad umlegen. Vernünftig hinzusetzen. Aber die könnten da sein. Du hast es geleckt. Daran kann es wirklich liegen. Ja, deswegen. Weil ich wollte nix aussammeln. Und auch nix abbauen. Also schon. Aber es hat nix gesopft. Ich nehm mal Glowstone, nis? Achter. Ja, perfekt. Für verlängert. Ne, warte. Ne, Glowstone war mal zum Verzweilen. Äh, verdoppeln. Verstärkung. Verlängern. Verstärkung. Verlängern. Ich nehm noch ganz kurz hier die Level heute. Ich seh grad niemand da. Ich seh grad niemand da. Ich seh grad niemand da. Ich seh grad niemand beim Portal. Jonas, wir riskieren. Wir riskieren eh, weil wir gleich in ihre Base gehen. Stimmen. Anders kommen wir nicht zurück. Und jetzt sehen die da so warten auf uns. Das wär. Okay, rüstet dich schon mal vor im Netzer Portal. Rüstet uns kurz aus, okay? Ich bin schon ausgerüstet. Ich hab mein ganzes Equip angezogen. Ich ne. Schutz, Schutz, Schutz. Gold, Gold. Du hast Gold im Inventar, ne? Äh, 55. Ja, dann nimm das. Du hast 1 über, ne? 1, second 2. 3. Okay. Warte, dann rüst dich noch ganz kurz aus. Äh. Lava. Lava. Äh. Gut. Ähm. Wasser, Lava, Ender, Perle, Blöcke. Bereit. Okay. Äh, ich hab noch was zu essen für dich. Ein Hühnchen. Ja, dann hab ich auch 3 essen. Ja. Wir gehen gleichzeitig durch. 3, 2, 1. Okay. Schwert in der Hand. Alter. Ich hab Lava in meiner Hand. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich komm nicht durch. Ich komm nicht durch. Und doch. Downloading to run. Ah. Mann nicht. Ja, das ist ein neues Liter Portal. Wegen Dings. Achso, weil du bist halt hier genau. Äh. Block mal kurz. Du rennst mit gedroppt. Schwert. Okay, jetzt dann. Wir gehen mal hier lang. Bleiben mal noch kurz bei ihnen in der Base. Nicht mehr so viel sprinten. Ding LMS. Wir müssen danach an die Oberfläche. Wir bauen jetzt hier ganz... Ich hab noch mal. Ein Stack kann ich noch mal geben. Gold. Reicht das für Notchapfel schon? Äh, 1 Stack und 12. Ne, 1 Stack und 9 oder so. Ich rechne ganz gut per Taschen raus. Äh, äh, äh. Acht Goldblöcke mal 9. 72. Dann minus 64, weil es ein Stack ist. Acht. Wir haben Notchapfel. 0. Okay. Wir haben genug Jonas. Abends ist LW. Ich hab nochmal... Ich hab nochmal... Egal, dann schmelzen wir ganz kurz. Nicht antworten. Ganz kurz hier unten schmelzen. Ja, ja. Wollen wir noch... Nein, nein. Hast du Kohle? Jonas? Kohle? Äh, da. Danke. Gut. Jonas? Ich schmelze jetzt. Du stürzt mein so lange. Ne, bauen Weg nach oben. Ich hab Dias. Wie viel? Weiß ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich mir einen Helm machen? Ja, entweder mir Schuhe... Warte, wie viel Rüstungsbalken hast du insgesamt? Mir fehlt einer. Ja, dann brauche ich. Mir fehlt anderthalb. Und ein Helm dürfte dann 1,5 mehr geben. Äh... Ne... Schuhe... Dürfte anderthalb... Einen mehr geben. Möchtest du weiter Swift mine? Ja, du kannst so lange Swift mine. Ähm... Ne! Mach du dir Helm! Warte, hier ist ein Ofen. Hier ist bei mir ein Ofen. Hä? Und ne Werkblanke für mir. Aber die ist mehr. Jonas, 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 ich hab für dich ein Helm. Okay, danke. Weil ich hab überlegt, ich hab Feather Falling 2, ich will das behalten. Stimmt, ja, ja. Sonst wär das ein bisschen unnötig, die 6 Level. Deswegen das ist mir eben aufgefallen, gut. Äh, 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 Werkbank, Werkbank ist hier, Werkbank ist hier. Hast du Zaubertöchter? Stell dir mal bitte kurz auf. Gut, Notchopful ist drinne. Später. Ja. Ich bekomme nur Unbuetking, verzaubert du mal was. Ich hab ein Level genau. Ja. Auch nur Unbuetking. Dann verzaubert erstmal was anderes. Hier. Würden die wissen, dass wir in ihrer Base sind, würden die locker kommen und uns killen. Protect her protection ist gar nicht so schlecht, oder? Das geht, das ist, äh, ja, schusssicher. 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 Ja, oder? Ich bin ja schon mal ein, okay. Ja, ich bin dann bei dir, du bist ja. Gut, Jonas, ich baue die Treppe. Oder wir nehmen ihre Treppe, ja? Ne. Doch. Soll ich jetzt schon anfangen aufzunehmen? Ja, fangst du schon mal an aufzunehmen. Dann warte! Okay. Ich muss gar nicht verfliegen dafür. Ja. Weil, sonst habe ich jetzt die ganze Zeit ein Lex PNL OBS. Weil ich es ja zweimal restartet habe, was du? Jetzt im Vollmodus und dann zum Wechsel, weil ich muss jetzt direkt im Fenstermodus gehen. Ja. Alter, ich bin grad an überlegen. Wir schwimmen jetzt da hoch. Bauen samt... Warum hat's lieber nicht hochbauen? Nein, erstmal war's das mit der Aufnahme. Haut rein, lasst ein Like, wenn's euch gefallen hat und tschau tschau. Wie lang ging die?